Gute Morgen! Herzlich Willkommen zu Tag 3 vom Urlaubstagebuch von Family Fernweh. Wo gehen wir heute hin? Zum Urlaub. Zum Urlaub gehen wir heute. Nein, wir sind noch mitten im Urlaub. Heute gehen wir schwimmen, weil das Wetter ist hier katastrophal. Es ist richtig seit heute Nacht. Am Regnen. Man hört es vielleicht auch im Hintergrund. Also hier ist es so, wenn man ein Bungalow hier mietet, dann bekommt man freien Eintritt ins Schwimmbad von 10 bis 14 Uhr täglich. Und wir gehen mal davon aus, dass das heute brechend voll ist, weil diese Schaueridee werden wahrscheinlich mehrere haben, nicht nur wir. Weil den Freizeitplatz zu besuchen ist ja heute ein bisschen schlecht bei dem Wetter. Dunkelrutsche. Dunkelrutsche gehst du heute? Nein. So, wir zeigen euch jetzt, was wir alles zum Schwimmen mitnehmen. Und die Leute kriegen noch eine kleine Überraschung, von der die nichts weiß. Also wir sind mal gespannt. Die Leute sagen jetzt immer, so, wir haben erstmal einen Badanzug. Wem gehört das? Papa. Nein, das gehört der Mama. Nein, Papa. Dann haben wir für die Karo Schwimmwände. Wem gehört das? Die Lulu. Nein, der Karo. Nein, die Lulu. Das ist jetzt Größe 92. Das war ein Angebot bei der M. Wir müssen mal gucken, ob die Karo da reinpasst, aber ich bin da gut nach Willens. Wie gehört das denn hier? Wie gehört das? Nein. Das gehört der Charlotte. Wie gehört das hier? Karo. Die alte Fortuna-Hose. Klassik. Klassik. 1912. Nicht ganz. Wie gehört der Papa? So, wie gehört dir das Handtuch? Mamas. Ja, genau. So, dann haben wir hier noch Schwimmflügel. Meins. Und die Karo. So, wie gehört denn hier das Handtuch? Meins. Hä? Was ist das denn? Was ist das denn? Wie gehört das denn? Mamas. Mamas. So, wir müssen das mal aufmachen? Ja. Oh, oh. Oh, wer ist denn da drauf? Oh, riesengroß. Pepperwurts. Pepperwurts. So, wie gehört das? Meins. Das ist deins? Sollen wir es mitnehmen zum Schwimmbad? Ja. Weißt du dich? Ja. Wen gehört dir das? Auch meins. Wieso hast du denn so viele? Hier. Hier mit der? Mickey Maus. Minnie Maus. Mickey Maus. Minnie Maus. Guck mal. Mickey Maus. Und Minnie Maus, ne? Ja. So, wen gehört denn das hier? Mamas. Das ist meins? Was ist das denn? Mama. Was ist das? Pepparwurts. Ach, Pepparwurts. Oh, sollen wir es mal aufmachen? Auch. Meins. Das ist deins? Ja. Oh, ist das ein Badeponcho? Oh, ist das süß. Wer ist denn da drauf? Pepparwurts. Sollen wir mal anziehen? Ja. Ja. Ein Poncho. Süß. Hä? Hä? Das zeigen wir jetzt mal schnelldurchlauf. Ja. Ja. Hier sind die Sticker. Stickers. Das sieht doch nach einer Menge Spaß aus. Kann man halt hier überall die Sticker rein kleben. Und hier sind dann die Sticker. Ja. Über 250. Ja. Da hat man was zu tun, ne? Da hat man was zu tun. Sticker. Dann gehen wir mal so durch. Oh. Oh. Einkaufen. Einkaufen, bitte? Uh. Und? Die freut sich. Das sieht ja gut aus. Das ist meins. Das bastel ich jetzt immer abends. Ja, ich auch. Das von Mama und Papa. Da darfst du nicht dran gehen, okay? Aber du bist auch. Du bist auch wache? Dann machen wir zu dritt. So, und dann haben wir hier den ultimativen Flux-Bag. Den gab es jetzt bei Real für 5 Euro. Und dann haben wir gedacht, komm, den nehmen wir mal mit. Bekannt aus Funk und Fernsehen. Genau. Und dann wollen wir das mal gleich testen. Testen. Weil wir haben nämlich noch ganz viel Badespielzeug. Einmal haben wir für die Karo den Schwimmreifen von 0 bis 1 Jahr. Das passt vom Alter her, ne Karo? Karo ist übrigens hier auf meinen Arm, während ich filme. Die guckt hier zu. Und dann haben wir einmal hier ein kleines Boot. Das haben wir noch aus Griechenland. Oh ja. Kannst du dich noch daran erinnern? Ja. Meins. Genau. Das war anstrengend aufzublasen. Aber, dank Flux-Bag, mal schauen, ob es wirklich so geil ist. So, also den Flux-Bag haben wir jetzt einmal voll gemacht. Meins. Das geht ganz einfach. Jetzt haben wir hier den Adapter. Jetzt gucken wir, ob das funktioniert. Dann musst du wahrscheinlich vorne festhalten. Und ich streh das dann. Ja. Ja gut, wir machen jetzt mal alles weiter und dann sagen wir mal Fazit. Ja, genau. So Leute, wir haben dieses Flux-Bag jetzt mal getestet. Und hat ganz gut funktioniert. Wir haben auch schon alles aufgepustet damit. So, die Leute freut sich auch. Wir wollten ja heute schwimmen gehen, aber leider ist das ins Wasser gefallen. Kleiner Wortwitz. Jetzt hat es gerade mal aufgehört zu regnen nach dreieinhalb Stunden, beziehungsweise vier Stunden. Weil wir können jetzt nur bis 14 Uhr da sein, gratis. Ansonsten müssen wir zahlen und das wäre ja schwachsinnig, weil morgen ist ja auch noch ein Tag. Und ja, ich würde sagen, wir gehen dann vielleicht eventuell gleich nochmal in den Freizeitpark, wenn es denn jetzt trocken bleibt. Ja, ansonsten müssen wir mal gucken, was wir machen. So, zur Zeit regnet es nicht mehr und wir stehen jetzt vorm Wunderland. Mal schauen, ob es uns erwartet, oder? Genau, jetzt müssen wir einmal über den Burg graben. Die haben sich die Brücke für uns runtergelassen. Ja. Das Loch Ness. Oh, hier haben wir Baron Mönchhausen. Man kennt mich auch als Ehrlosenbauer. Denke Rosen habe ich immer schon. Oh. Während ich durch dieses Tor sie reiht, hat ein Gitter mein Pferd entzweigt. Oh, ey. Also, ganz schön brutal. Oh, ja. Erinnert ein bisschen an Märchenzun, nur ab 18. Guck mal da. Guck mal hier. Oh. Oh, ein kleines Karussell. Ein Karussellchen und ein Esel. Und was haben wir hier? Boah, ist aber ein Riese. Mal das Größenverhältnis zu sehen. Das bin ich. Hier. Und hinter mir der Riese. So, die Charlotte ist jetzt hier aufs Karussell gegangen. Oh, ja. Hast du nicht festgehalten? Ich drehe jetzt nicht auf hier. Jetzt geht's los. Todorotala. Wie. 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 Die Leiche ist da. drücken wir mal das pinotieren und mal schauen was passiert luke ist auf wir gehen einmal so rum wie riesig das hier ist und schon ist er wieder eingeschlafen oh die würfel sind gefallen was habe ich denn hier eine 4 eine 3 und 1 und so sieht das von oben aus du bist ein richtiger glückspilz das ist ja hier musiktinder nur dass es nicht passt der glückspilz und der nächste knopf will gedrückt werden und hier haben wir die wassermühle auch riesengroß das ist der gestiefelte kater nehme ich an so wir gehen jetzt über die brücke und hier ist quasi schon die borg wir sind die endlein das wasser ist klar sehr klar nein nicht wirklich und hier haben wir die schipsschaukel und da gehe ich jetzt mal drauf so leute jetzt bin ich auf der schipsschaukel so leute es ist vorbei die dame hatte mitleid mit mir und hat schluss gemacht mit der schaukel ich war gott sei dank alleine hier im schiff dankeschön schönen tag noch also das ist eigentlich auch nicht meins ich habe das mal fürs video getan aber egal jetzt bin ich wieder in sicherheit habe festen boden unter den füßen das war echt heftig jetzt bin ich wieder da also jetzt weiß ich warum die nicht drauf haben ja einwohnen die wieder so die beiden wollen jetzt mal hoch hinaus mal gucken wie weit es hoch geht so leute jetzt geht es nach oben drohnenflug und lati ließ die luft oben drin und da unten ist die miri und wir sind hier oben und hier haben wir die wundervolle aussicht dass der tor da ist die lotti da bin ich hier drauf auf dem tor und jetzt geht es wieder nach unten jetzt haben wir wieder boden unter den füßen so leute wir gehen jetzt in die galerie vom weg rick ist dieser frosch das ist das maskottchen von dem park und dieser bungalow anlage hier so sieht das hier aus und jetzt gehen wir einmal rein die lese eule rick als napoleon als römer als kleopatra als dinosaurier bester man da ist eine schöne galerie einstein der erste frosch auf dem mars und der höhenfrosch ja wohl super jetzt waren wir eben noch in der rick galerie jetzt sind wir mitten auf dem borkow und die lotti hat wasser spaß oder lotti jawohl hier wohnt der rick er gehört zu mir wie mein name an der tür drück hier was passiert ist nicht da nix da ne der ist gar nicht da der ist gar nicht da so charlotte sollte ich immer aus dem buch vorlesen hier ist wahrscheinlich das größte buch der welt hier in holland in den rao so was haben wir denn hier eine kanone und hier ist ein knopf lotti ja dann drückt doch mal was passiert passiert überhaupt was oh wow noch mal lotti was hast du gemacht du hast da geschossen hier lotti schau mal das ist ein ei so 50 cent rein schon geht es los ich bin gespannt ob es ein ei legt da kommt was lotti das ist ein schnurbart ach ok ein mustard ein schnurbart willst du ihn ankleben dann hast du den schnurbart hier so machen für karneval dann genau komisches geschenk ja oder macht wasser ne oh ah ich sehe es oi 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 medica oi 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 so hier haben wir noch so häuschen so ein kleines dörfchen haben sie aufgebaut für kinder sehr schön wo kommt das oben oben hier rein hier hier ja ja und schon geht die show los oi 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 smarti super oi 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 Lecker, lecker, lecker. Immer am Essen, nyam, 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 nyam. Oh, da hat's dir Spaß. Da hat's dir einfach Spaß, die Lottie. Also Leute, hinter mir befindet sich die Fun Factory und mal schauen, was uns dort erwartet. Oder Autoscooter? Ja, Bumper so. Lassen uns mal überraschen. So, jetzt wird Autoscooter gefahren. Und jetzt geht's los hier. Woooo. Woosmガ cheese. Woosmガ εί. Es ist ein Problem. Das geht nicht. moving im sini. Oh Gott. ich kriege... wir beide weißen, losben. Die Schuhe sind ausgezogen. Das bedeutet Indoor-Spielplatz. Das ist riesengroß. Wahnsinn. Und Karo ist auch am Start. Wir gehen einmal herum, schauen, was wir hier so haben. Das ist riesengroß. Und wenn wir Glück haben, sehen wir vielleicht auch die Lotti. Das ist ja Wahnsinn. Wahnsinnig groß. Echt super. Bällebad habe ich auch schon gesehen. Ja, hier verbringen wir jetzt die nächsten Stunden. Das wird dauern, bis wir sie wieder gefunden haben. Da ist sie ja, hier Lotti. Viel Spaß. So Leute, Wasser Marsch. Unfassbar, wie das funktioniert, oder Lotti? Da wird es jetzt am liebsten in Wasser spielen. Das ist ein Fazit von Tag 3. Ja gut, wir haben jetzt die andere Seite des Tages kennengelernt. Zum Glück hat sich das Wetter nochmal aufgelockert. Das war echt schön mit diesem Regen die ganze Zeit. Ja, das ging vier Stunden durch. Genau, so näftigen Regen habe ich noch nie gesehen in Deutschland. Und ja, jetzt wollen wir ein bisschen das Städtchen unsicher machen und ein bisschen einkaufen gehen wieder. Genau. Ja, was wir essen, gucken wir mal. So, hier ist der Haupt-Ein- und Ausgang von dieser Rezeption. Und hier haben wir den Rick, das Maskottchen von Don Rell. So, hier ist der Rick. Und, möchte ich ihm mal die Zunge streicheln? Uh, das hat er gern. So, warten wir mal auf dem Bus mit dem Rick an der Heitestelle. Und hier ist quasi der Bus auf der Heitestelle. Das ist echt mega. Sieht voll gut aus. So. Super, mit dem Rick drauf. Hier auch der Beweis. Dune Rail. Heitestelle. So, jetzt waren wir im Park. Danach waren wir einkaufen. Und ich habe dann eben auch was gekocht. Heute Kleinigkeit, Kartoffelsalat mit Pifteki. Genau, hier gibt es so eine geile Aioli-Soße. Die wollen wir mal austesten. Ja. Und das war es heute mit Tag 3. Jawoll. Tschüss. 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 So, holländisches Flatschefla. Da haben wir ja das Duo Schoko-Vanillepudding. Lecker, 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 lecker. Und Lotti, schmeckt es? Nein. Oh, Werbung für das Zeug kannst du ja noch nicht mal machen. Da ganz hinten ist die Caro. Na gut. Lecker, lecker. Ja. 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 Ja.